Norddeutscher Rundfunk Norman, was machst du? Bitte, gib mir meinen Sohn zurück! Wir sind dein Sohn. Schwierig! Wir sind gesund. Stark. Das war, was du wolltest. Oder nie? Stopp, Harry! Wir können dir helfen! Wo ist der Recht davon? Ich… Bitte nicht! Was hat er mit dem Ding vor? Das werden wir gleich herausfinden. Du musst wissen. Harry gibt's nicht mehr. Wirt und Symbiont sind perfekt verschmolzen. Ich werde ihn noch retten. Das ist unmöglich. Aber du kannst den Symbionten noch stoppen. Wie? Indem du den Wirt tötest. Hör. Bitte. Rette meinen Jungen. Rette einen Besuch aus. Ich setze dich. Küss ein � butcher schrumpflende..." Hier noch. 휙! Hör. Ja! Hör. Oh mein Gott. Spiderman. Ich weiß, dass du gerade dasselbe siehst wie ich. Viele New Yorker werden von diesen Dingern attackiert. Bin dran. Passen Sie auf sich auf. Er hat nur diesen Meteoriten gebraucht. Jetzt kann er die Welt heilen. Das haben wir nicht gewollt.